Bis jetzt ging es ja eigentlich immer nur um einzelne Atome. Aber Atome binden sich miteinander, sie verbinden sich, sie kleben zusammen. Und wenn Atome sich nicht verbinden würden, wären wir alle einfach nur eine Ansammlung von Atomen. Also Atome kleben zusammen und sie bilden Moleküle. Und sie bilden dann Moleküle. Moleküle bilden also Strukturen. Und in der organischen Chemie habt ihr zum Beispiel Kohlenwasserstoffe und andere Dinge, die dann Proteine bilden. Proteine binden sich wieder miteinander zu organischen Strukturen. Und am Ende bekommst du dann jemanden wie mich, der ein YouTube-Video macht. Also es fängt aber alles mit Atombindungen an. Sie kleben miteinander. Und jetzt überlegen wir uns in dem Video mal über die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt für Atome. Der erste und der stärkste Weg ist, wenn du nimmst ein Atom, was unbedingt ein Elektron abgeben will. Will ein Elektron abgeben. Und dann hast du ein anderes Atom, was unbedingt ein Elektron haben möchte. Möchte ein Elektron haben. Wir haben ja darüber schon mal darüber geredet. Und es gibt ja Atome, die möchten ganz gerne Elektronen abgeben, damit sie wie zum Beispiel ein Edelgas werden. Also es gibt Atome, die möchten beispielsweise acht Elektronen in der äußersten Schale haben. Also wer ist das zum Beispiel? Wir haben ja da schon mal über diese Atome geredet. Das sind die Alkalimetalle. Diese Jungs hier links, das sind die Alkalimetalle. Das sind Extrembeispiele. Aber diese hier möchten unbedingt Elektronen wegnehmen. Und wer möchte unbedingt eins bekommen? Das sind die Halogene. Sie sind ganz verrückt danach, diese Jungs, ein Elektron zu bekommen. Sie sind sehr elektronegativ. Sie möchten unbedingt ein Elektron haben. Also was passiert, wenn die jetzt einfach in der Nähe sind? Nehmen wir beispielsweise mal Natriumchlorid. Wir spielen quasi mal ein bisschen mit unserem Essen herum. Wir nehmen mal Natrium hier links. Und hier auf der rechten Seite das Chlorid. Jetzt zeichnen wir mal das Natrium auf. Natrium, wie schaut es aus mit seiner Schale? Es hat ein Elektron in der äußeren Schale. Wie schaut jetzt das Chlor aus? Chlor hat sieben freie Elektronen in der äußersten Schale. Sechs, sieben sind es jetzt. Also was passiert jetzt? Natrium möchte also unbedingt sein Natrium loswerden. Und Chlor möchte es bekommen. Und natürlich gibt es nicht nur diese zwei. Du hast natürlich Milliarden von denen. Das passiert also immer wieder. Für unsere Zwecke stellen wir uns jetzt aber einfach mal vor, es gibt nur diese zwei hier. Also was passiert jetzt? Das Elektron springt darüber. Und dann hat das Natrium kein Elektron mehr in der äußeren Schale. Und es hat also das letzte Elektron verloren. Und jetzt sieht seine Elektronenkonfiguration wie Neon aus. Es möchte quasi ein Edelgas werden. Und jetzt hat es eine Ladung weniger. Und deswegen ist das Natrium jetzt positiv geladen. Hier links war es neutral und hier rechts ist es positiv geladen. Was passiert also mit dem Chlor? Hatte also zuvor sieben Elektronen. Drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben. Und dann ist dieses eine Elektron da rüber gehüpft. Und jetzt sieht das Chlor wie Argon aus. Sieht wie das Edelgas Argon aus. Hat also seine letzte freie valente Schale aufgefüllt. Und hat jetzt quasi 18 Elektronen. Und wie ist also seine Ladung? Es hat 17 Protonen und 18 Elektronen. Also ist es negativ geladen. Es hat eine negative Ladung. Weil es ja dieses Elektron vom Natrium bekommen hat. Jetzt sind beide total glücklich. Sie haben alle, was sie wollen. Und sind stabil in ihren Schalen. Und jetzt passiert aber folgendes. Sie werden natürlich angezogen. Es ist eine sehr starke Bindung. Sie kleben also, weil sie angezogen werden. Sie ziehen sich gegenseitig an. Und das nennen wir eine Ionenbindung. Und dann kann man das als NaCl zusammenschreiben. Und die eine möchte es eben abgeben unbedingt. Der andere möchte es bekommen. Das passiert. So, jetzt hast du meinen Elektronen. Und jetzt können wir eigentlich auch uns anziehen gegeneinander. So müsst ihr euch das vorstellen. So entsteht unser Kochsalz. Das ist die Situation, wenn einer eine Elektronen abgeben will. Und der andere möchte eins bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an. Das ist ein Extrembeispiel, wo eben einer eins abgibt und einer eins bekommt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das woanders aussieht. Wie ist es zum Beispiel mit dem Sauerstoff, mit dem elementaren Sauerstoff in der Luft also. Wie sieht es da aus? Schauen wir uns mal an. Nochmal kurz zur Wiederholung. Warum ist es hier eine Ionenbindung? Weil wir Ionen da drin haben. Warum sind es Ionen? Weil Elektronen ausgetauscht worden sind. Ein positives nennt man ein Kation. Ein negatives Atom nennt man ein Anion. Und Kationen, ja Anionen, ziehen sich an. Und am Ende gibt es eine Ionenbindung. Ja, jetzt schauen wir uns eben mal den elementaren Sauerstoff an. Und da geht es eigentlich relativ ähnlich. Also wir fangen jetzt wieder mit dem Sauerstoff an. Wir haben einen Sauerstoff hier. Schauen wir es uns mal an. Also Sauerstoff hat sechs valente Elektronen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechsfreie Elektronen. Und zwei ist zwei. Zwei, zwei, vier. Also in der zweiten Schale hat es also sechs Elektronen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt haben wir einen anderen Sauerstoffatom. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, beide Sauerstoffatome hätten jetzt einfach gerne acht Elektronen, damit sie ihre stabile äußere Schale haben. Aber sie haben keine acht Elektronen. Und alles, was es außen herum gibt, sind andere Sauerstoffatome. Und was passiert jetzt? Und jetzt sagen die beide, komm, lass uns doch einfach Elektronen teilen. Wir haben beide nicht genug, aber wenn wir sie teilen, dann haben wir genug. Und jetzt zeichnen wir den mal hier rüber. Hier ist das Sauerstoff. So, jetzt zeichne ich den nochmal hier drüben ein. Eins, zwei. Ich zeichne einfach die Elektronen jetzt mal auf der anderen Seite. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt teilen sie einfach diese vier Elektronen. Und das symbolisiert man durch so einen Strich. Sie teilen also zwei Elektronenpaare. Und jetzt kann quasi, das kann jeder Sauerstoff so tun, als hätte er acht Elektronen. Der linke und der rechte, die machen jeweils das Gleiche. Der hat eigentlich nur sechs. Aber sie teilen sich eben noch diese zwei Elektronen. Und dann sind sie beide sehr, sehr glücklich. Und das nennt man eben, ja, wenn man sich diese Elektronen teilt, dann nennt man das eben eine kovalente Bindung. Und das ist zum Beispiel ganz, ganz typisch, wenn du zwei Atome hast, die ganz, ganz ähnlich sind oder die eben gleich sind. Vor allem, wenn die Elektronegativität eben gleich ist, wie bei zwei Sauerstoffen. Und wir haben ja auch schon mal über Ionisierungsenergie geredet und über Sauerstoff und Wasserbindungen. Und da sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir den Sauerstoff mit seinen sechs Elektronen. Und dann haben wir den Wasserstoff. Zwei Wasserstoffe. Und jetzt sagen sie, okay, warum sollen wir uns nicht verbinden miteinander? Dann sagt der Wasserstoff, okay, wunderbar. Was passiert dann? Jetzt schreibe ich das nochmal hier hin. Wir haben also den Sauerstoff mit seinen sechs Elektronen. Und dann kommt das Wasserstoffatom herbei. Und dann teilen sie eben auch diese Elektronen. Und jetzt kann der Wasserstoff auch so tun, als hätte er zwei Elektronen. Und er will ja zwei haben. Und der Sauerstoff kann jetzt auch so tun. Er gibt also an mit seinen acht Elektronen. Und dann sind alle total glücklich. Das ist also auch eine kovalente Bindung. Wir haben es noch ein bisschen anders hingeschrieben. Und man kann das auch so schreiben. Eben zwei Elektronen mit einem Strich. Und dieser Strich bedeutet einfach immer einfach zwei Elektronen. Aber in diesem Molekül ist ja der Sauerstoffelektron negativer als der Wasserstoff. Also wird es passieren, dass die Elektronen mehr Zeit sich beim Sauerstoff rumtreiben als beim Wasserstoff. Und deswegen wird man hier eine teilweise positive Ladung haben. Und beim Sauerstoff eine teilweise negative Ladung. Und das nennt man denn eine polare kovalente Bindung. Es ist immer noch eine kovalente Bindung. Die teilen ja immer noch Elektronen, aber sie ist eben polar, weil die Elektronen eben mehr hingezogen werden auf eine Seite. Jetzt ist es so, ihr habt beispielsweise, dieses Wasseratom ist polar. Es hat sozusagen eine negative und eine positive Seite des Elektronen. So, jetzt kommt die letzte Bindung. Und das sind die Metallbindungen. Die Metallbindungen schauen wir uns jetzt noch an. Die sind nämlich noch mal ein bisschen anders. Die Metallbindungen. Die sind auch wichtig. Also es hat nichts mit Musikbands zu tun auf der Schule. Das sind Metallbindungen, keine Bands. Also nehmen wir beispielsweise mal Eisen. Das sind neutrale Eisenatome, die überall hier sind. Und wir haben uns ja schon mal überlegt, was macht eigentlich Metalle aus. Die haben eine ganze Menge von Elektronen in ihrer äußeren Schale. Und die teilen diese auch ganz gerne. Wenn die jetzt ein paar Eisenatome zusammen haben, dann teilen die ihre Elektronen. Und dann werden sie natürlich positiv geladen. Deswegen steht es hier Eisen Fe+. Die sind da sehr, sehr sozial. Und die Elektronen bilden so eine Art C außenrum. Die fließen da außenrum. Diese E-, diese grünen E-, das sind die Elektronen. Und weil die Elektronen so eine Art C sind, und die einen sind positiv, die anderen negativ. Also werden die natürlich angezogen. Und das führt beispielsweise dazu, dass das Eisen oder Metalle einfach auch leitend sind, weil einfach die Elektronen sich sehr, sehr leicht dadurch bewegen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das Ganze mehr wie so ein Pudding ist, wie so eine Masse. Und deswegen kann sich das auch alles bewegen. Man kann also das Eisen auch biegen und oder auch draufhauen. Was anderes ist es mit Salzen. Die haben ganz, ganz, ganz feste Bindungen. Und deswegen kannst du das auch nicht biegen. Und diese Bindungen kannst du eigentlich nicht zerbrechen. Wenn du beispielsweise auf Kochsalz mit einem Hammer draufhaust, dann zerbröselt das und du kannst es einfach nicht biegen. Es bricht letztendlich einfach. Und das ist eigentlich ganz, ganz witzig, weil in dem Rest der Chemie machen wir eigentlich nichts anderes, als dass wir uns immer wieder überlegen, was sind das eigentlich für Verbindungen, die da entstehen, was sind das für Eigenschaften, die daraus entstehen, welche Temperaturen, was passiert dann eben wann und wie.